Hallo und willkommen hier ausnahmsweise mal mitten im Spiel, da ich vergessen habe rauszugehen, ähm, ja, bei einer neuen Aufnahme von Agrarian Skies. Äh, ja, Florimars ist hier wieder. Unser stiller Zuhörer ist jetzt auch weg. Und, genau, ich will mich jetzt drum kümmern, dass die Mobs vernünftig getötet werden. Das heißt, ich brauche Itemdukte. Die einfachen, das heißt Zinn und Lied. Davon sollte man noch einen Haufen haben, oder? Äh, müssten wir eigentlich. Wir haben es ja gar nicht mal benutzt. Und Lied. So, dann brauche ich mir einfach erstmal einen Stack, das sollte reichen. Und ich habe eine Goldhose. So, dann 15 Fässer. Da können wir jetzt so schön questen jetzt, weil wir einfach Sachen bekommen, die wir so geil jetzt machen. Mit dem Opfern. Äh, ja, vor allem die dauerhaften Quests wegen Zombies haben wir jetzt auch immer. Oder wartet, zählt das dazu? Ja, doch, eigentlich müsste es ja dazu zählen. Ja, wir können einen abgeben. Wir können einmal Zombies töten abgeben. Ja, klar, das ist immer eine Quest, die wir wiederholen können. Ja, im Endeffekt können wir die jetzt zig Milliarden Mal wiederholen, bis auf ihr... Ja, das hat ein Unendlich Herzen später zum Schluss. Ja. So, jetzt ist nur die Frage, wie ich hier die Fässer aufbauen möchte. Weißt du zufällig, wie viele Sachen es gibt? Sachen. Items, meinst du? Ja, Monster-Trop mäßig. 5, 6, 7, 8, 8. Weil ich würde die dann... Aber mit, äh, nee, mach das lieber mit Kisten. Warum denn mit Kisten? Die Bögen sollen hier gar nicht rein, die Bögen sollen am Ende in eine Kiste rein. Ach so. Genauso wie Rüstung und so weiter. Nur, dass der grobe Kram erstmal weg ist. Ja, klar. Aber wir hier ein bisschen schlachten. Ähm, ja. 8 Stück, sagtest du, das heißt, das müsste jetzt so hier reichen. Wir haben ja extra einen Sound-Muffling angestellt, dass das dann eben ein bisschen... Ja, das war eben recht laut. Deswegen bin ich wundern, dass hier kein Abbau-Sound ist oder so. Minecraft-Sound ist schon noch existent. Ja, ich werde uns nur noch einen Zombie rumbacken. Ja. Ähm. Ich bin halt jetzt die Fresse. Ja, sonst warte mal mit einem Abschlachten. Ich brauche jetzt neun, äh, Dinger hier. Ja, und dann kommen natürlich noch Rüstungen dazu, die man uns dann manchmal drücken kann. Ja, ich will da ne vernünftig große Truhe reinpacken. Äh, 3 Eisen plus 1 Silber. So, ich baue jetzt für uns mal den Crescent Hammer. Gut, dann war das Zinn. Genau. So, ich habe jetzt den Crescent Hammer mal gebaut. Sag eins oder zwei? Äh, zwei. Dann bin ich immer gespannt, was wir jetzt bekommen. Neun. Und ich brauche noch mehr Eis. Das Kram sollte hier langsam auch durch sein, ja. Haben wir noch irgendwo Glas? Ich brauche neun Glas. Äh, ich könnte was brennen gehen, wenn wir noch ein bisschen Sand haben. Äh, ne, hier ist sogar noch Glas. Na, ich brenne trotzdem was durch. Äh, ja, mach das. Und haue ansonsten mal... Läuft die Anlage hier noch? Ne, nämlich nicht. Äh, hauen wir da einfach mal... Weitere Tanks, weil irgendwann wird unser Tank hier voll sein, wenn wir das planen, was wir vorhaben. Äh, dann kommt da eh noch ein größerer Tank an. Na klar. Deswegen brauchen wir eh Glas, also deswegen hab ich's extra schon... Gute. Genau. Genau deswegen hast du das natürlich gemacht. Ja, deswegen. Ja, aber nicht einfach nur so. Ach, Mann. Hä? Wie geht denn der Pneumatik-Typ nochmal? Mh, wow. Wir haben ne Kaktus-Axt bekommen. Ein sehr gutes Item, muss ich sagen. Beste Axt ever. Die ist nämlich... ...gut wie Papieren. Doch so gut. Ja, darf ich die runterwerfen? Pff, Mann, Teil. Warten, was bringen die denn? Vielleicht Abbau-Level oder so, das wäre mal nett. Mining-Level Stone. Unsere jetzige ist... ...Kopper ist besser als Stone. Dann können die weg. Süß Kaktus-Axt. Ich mag dich nicht. Ein unnötiges Item. Weee. So, Arrow-Bone. Okay, man kann's sagen. ...String, Gunpowder, das, das. Äh, ich hab jetzt sechs Sachen. Was sind denn ich? Wie sechs Sachen? Ja, sechs verschiedene Items. Äh, komm noch mehr. Äh, Ender-Pel muss noch mit zurechnen. Pfeile. Ja. Äh, ich hab jetzt hier... So, äh, also für die, die das hier noch nicht kennen, was ich hier gerade mache. Äh, im Endeffekt baue ich hier gerade ein... ...Tube-System auf. Das, das so gesehen... ...Äh, äh, alles, was hier reinkommt, wird zugesortiert. Äh, das heißt hier, die verschiedenen Items setze ich auf Whitelist, dass nur die hier reinkommen. Und, das sind halt die bevorzugten Wege. Und ganz am Ende setze ich gleich noch eine Kiste hin. Da müssen wir... Da kommt der Rest rein. Genau. Können wir eigentlich Diamond-Kisten und so weiter machen? Kann man. Äh, kannst du ganz kurz mitkommen, weil ich will jetzt gerade dieses besondere Tafari-Netz benutzen. Äh, ja, gleich. Ich will eben kurz, äh, zumindest eine Goldkiste da schon mal hinstellen. Hi! Hi, Creeper! War ja mal wieder klasse, wie wir so ein Glück haben. Hä, was? Ist da ein Creeper rausgekommen? Ja, guck doch mal. Achso. Zeldo? Soll das eine Anspielung sein? Ich weiß es nicht. Also bei Sky Factory hätte ich mir das denken können. Kurze Frage. Wann haben wir angefangen? Kann ich das nachher gleich nachgucken? Meine Güte. Ja. Wir sind mal nicht 25. Sechs Minuten lang, ja? Okay. Soll ich den töten, den Zeldo? Äh. Äh, Zeldo. Ja, mach mal. Naja, er hat was Gutes gedroppt. Na? Und was Rotes, was ich gerade nicht aufnehmen kann. Zeldes Ruby-Zippers. Okay. Was ist das? Rubin-Schur. Ja. Das ist wirklich gut. Hm. Jetzt hab ich rote Schuhe. So, jetzt sollte normalerweise hier alles einsortiert werden. Ach nee. Ach, der sammelt sogar XP ein? Sammelt alles. Das ist richtig geil, der Ding. Ja, Ding. Und warum droppe ich denn immer hier, wenn ich vorbei renne, so'n Dreck? Und wir haben noch einen Unsichtbarkeits-Potion bekommen. Okay. Können wir jetzt unsichtbar Leute rumtrollen. Pff. Wow. Sinnvoll. Lohnt sich. Hm. Ich verstehe gerade nicht so wirklich. Warum das jetzt nicht funktioniert. Ah. Jetzt funktioniert's. Ah, jetzt funktioniert's. Okay, die haben das Spiel jetzt ein bisschen schwerer gemacht, weil damals kommt man Fight einfach zusammenkauft und dann hat man nämlich ein Wundspawn-Ei bekommen, aber jetzt ist es ein bisschen schwieriger, die Quest. Okay. Blutmagie können wir nicht machen, oder müssen wir mal aus der Snuffis machen können, und halt. Ja, so. Ja. Ja, jetzt ist die große Frage, wie wir das mit dem Töten machen. Der Grinder braucht dauerhaft Strom. Ähm. Was für Generatoren haben wir dann? Ähm. Vielleicht der, äh, TNT-Generator? Bei Magma-Generator, da müssen wir dauerhaft ein Lava hin transportieren. Ja, wenn wir das aber mit denen, zusammen mit denen hier Crucible machen. Also willst du da extra einen Crucible nur für das Ding aufstellen? Keine Ahnung. Wir haben aber noch einen tragbaren Trank, also wir können ja erstmal schon mal den tragbaren Trank benutzen. Ja, gut, dann mach ich, äh, einen Lava-Generator. Äh, Gold, Eisenblock, Ofen und ein bisschen Redstone. Boah, ey, wie das momentan grad leckt. Ja, leckt ein bisschen doll. Ich geh halt an den Monster, die wir da haben, weil das sieht echt übertrieben aus. Hm, ich glaub aber nicht, dass das nur daran liegt. Der Server leckt auch schon die ganze Zeit so ein bisschen. So, den Lava-Generator hab ich. Und jetzt brauch ich einen Grinder. Oder war das ein Slotter-Haus? Was war denn das? War das ein Grinder oder Slotter-Haus? Ich weiß grad nicht, was du meinst, tut mir leid. Einen Grinder wollte ich so bauen. Also hab ich gehört, dass du einen Grinder bauen wolltest. Ja, ich komm mit den beiden immer auseinander und die sind ein bisschen teuer und aufwendig, als dass ich die verwechsel. Grinder? Wie komm ich aufs Slotter-Haus? Ja. Ich glaube, Slotter-Haus war das. Wie, der sagt aber Grinder. Ja. Keine Ahnung, wer von euch recht hat. Ich hab mit sowas nicht gearbeitet. Warte mal, haben wir noch Inva? 15. Das könnte sogar noch reichen. Maschinenframe, bisschen Gold. Bisschen Redstone. Ich geh zu schnell in den Quest dran, deswegen beeile ich mich grad hier ein bisschen. Ähm. Dann Plastik. Ja, Plastik bin ich grad her. Will ich grad herstellen. Äh, wofür dann? Für ne Quest. Wir müssen Plastik herstellen, ist ne Quest. Achso, ja, dann mach mal bitte Plastik-Sheets fertig. Plastik-Sheets? Du musst Plastik-Folien, meinst du? Ja. Ja, du hast ja auf Deutsch. Da, wo man vier Plastik zusammenpacken muss. Ja, klar, okay. Ja, klar. Muss ich auch machen, das ist meine Quest. Okay. Oh! Was denn? Ähm. Ja. Hahaha. Die Kiste war grad voll. Ähm. Ryan, da gibt Items und Mobysons. Sagte die Bebele. Hier musst du wischen halt. Bet! Genau, es kommt Bet! Ja, mach ich. Dich hin. Ja. Ähm. Ja, toll. Eine müsste noch leften. Ja. Oder Hex geht. Okay. Ja, mit Chris-Kiss. Boah, schon wieder so'n blödes Teil hier. Das Ding, das ist wirklich fast voll. Das trappt nochmal, wie viel das verarbeitet. Der Plastikfolie. Gut, zwei Stück brauche ich. Ja, ich gebe dir vier. Du kannst jetzt weiter davon herstellen. Hm, ne, ich will nur einen bauen. Komm, ich verlasse mich auf Bele. Ich will mit dem eins machen. Fuck, ich meine nicht, nachher zeige ich einfach eins. Inverschwert. Ah, brauche ich noch Sticks für. Die ganzen Bögen, ey, Leute. Hä, was? Ich habe so viel Scheiße. Ach so. So. Ähm. Zinn-Gears. Boah. Nein, das mache ich nicht. Das ist böse. Was? Bubi, guck mal, ich habe ein Herz. Oh, soll ich das essen? Ja, hast du einen Tod. Das sieht als Tod. Alter, ein Mädchen leckt das echt doch schon gewaltig. Ja, wir sollten mal langsam da hinten was tun. Ja. Ja, sonst kannst du nur mal wieder hingehen und die töten. Ja, ich kann, wenn ich die töte, spawn sofort direkt welche nach. Hä? Die spawnen so oder so nach. Ist egal, ob du die tötest oder nicht. So, und ich brauche zwei Bücher. Ja, ich töte die zwar. Was bringt das? Oh Gott, da muss ich ja was essen. Ich brauche zwei Bücher. Und ich brauche Essen. Dann sterbe ich. Ähm. Ja, aber das ist doch unnormal. Was soll ich denn da machen? Du kannst da nichts machen. Das ist einfach so. Wollen wir erstmal die Gegner runterschubsen, dass die erstmal runterfallen? Aller, wenn Beut. Ja, versuch einfach unter den, äh, den Boden wegzukloppen. Kann man halt machen. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir jetzt so spontan machen können. Hui, 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 hui. Ähm, dann brauche ich ein String, zwei Stück. Und ein bisschen Papier. Tschüss. Hast du es geschafft? Das ist so toll. Ja klar. Wir haben es ja auch richtig gut gebaut. Danke. Ja, okay, du hast es besser gebaut. Aber jetzt habe ich den Item-Duct kaputt genommen. Äh, diesen, nicht Item-Duct. Hä? Ach. Die habe ich vergessen. Das ist halt erstmal alle runter. Total. Das Ding. Und wenn ich den jetzt hier hinstelle, das, 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 das. So, der Grinder ist auch fertig. Der Lava-Generator auch. Einzige Problem ist halt nur, wir müssen irgendwie den Hopper und den Grinder parallel irgendwie anschließen. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen... Hallöchen Monster. Alter, wie mies. Ich finde das so geil. Ja, vor allem ist das mies. Für die Monster, ja, für mich, nein. Und das ist noch mieser, dass du es so denkst. Ja, Pech. Was spawnen die da oben? Selbst schuld. Sonst woanders spawnen. So, jetzt kannst du wieder zubauen. Sofern du mir Lava hinbringst. Ja, Lava, den Lava-Tank. Kann man den abbauen und bekommt man die ganze Lava da drin oder nicht? Nein, den muss ich mit Rentsch dann wahrscheinlich abbauen. Äh, hallo? Ja. Ich glaube, der Sound-Muffler ist weg. Ach, ne. Das dauert nur eine ganze Zeit. So. Oh, das ist echt schön. Das ist... Das ist ein Meisterwerk. Ja, machst du das dann wieder zu? Wie soll ich das jetzt nach deiner Meinung machen? Kobbel. Leck mich. Ja, was denn? Muss schon wieder anfangen. Außerdem haben wir noch drei Minuten. Ach, ernsthaft? Ist es wieder um? Ja. Verdammt. Naja, gut. Dann müssten wir gleich ein bisschen was vorbereiten. Voll Angst. Sie... Nicht schritten hier. Ach, so schnell töten die dich nicht. Fertig. Dann geh bitte weg. Wer will sie töten? Alter, frisst du die ganze Lava? Da passen 4000 Lava rein. Da ist ein... Da ist 4000 Lava drin. Du hast den gerade bekommen, oder? Äh... Wird das hier mehr oder nicht? Achte mal bitte mit drauf. Ob das hier mehr... Ja. Achte mal bitte mit drauf, ob das hier mehr wird. Die Fässer. Wir müssen jetzt mal was töten. Ah. Der tötet dich automatisch. Ach lol. Das war doch Sinn und Zweck des Grinders. Aber wer... Ja, wo ist denn der... Achso, da ist der dran. Okay. Äh, hier ist aber nicht grün. Rot. Wo möchtet das hier rot und da nicht? Egal. Weil ich hier... Nicht auf Redstone, äh... Input gestellt habe. Aber es klappt scheinbar und energiemäßig. Und das... Das kommt auch. Gut, Mob-Essence müssen wir mal gucken, ob wir die dann auch irgendwann noch abpumpen oder so. Der verbraucht aber ganz schön Energie eigentlich. Ja, unten hier drin ist ja noch was drin in Lava. Hier drin noch. Ja, also der hat kaum was verbraucht bis jetzt. Ja, lass mal... Äh, ist echt gut, Mann. Wir haben ja eine automatische Mob-Farm. Ja. Ja, läuft sogar ein Band frei. Selbst die Fässer hier gehen alle voll. Passt. Jetzt haben wir was geschafft. Jetzt können wir sterben. Gute erst, bitte. Damit du nicht hinterher springst, oder was? Nee, nee, nee. Du bist der Erste, der von uns beiden stirbt. So. Ja, gut. Ähm, wie lange haben wir jetzt noch? Eine Minütchen. Gut. Machen wir noch eine Kiste, schnell. Einen zusammen. Welche dann? Das können wir nicht machen. Ich schmeiß jetzt einfach mal alles rein. Ja, aus dem magischen Braustand an. Ja, wir müssen das bauen. Das, was wir nicht haben. Ähm. Ich hab jetzt einfach mal alles da reingeschmissen. Ich hab jetzt keine Lust zu sortieren. So, was kann hiervon denn jetzt raus? So, wahrscheinlich hört man jetzt einfach nur mal eine Maus hämmern. Ist halt so. So, die möchte ich hier wegmachen. Ja, wir bauen jetzt ein Taumonomikon. Damit willst du anfangen? Nein, wir haben keinen Nieder, ne? Na, dann lassen wir den Scheiß. Dann lassen wir es. Okay. So, warte. Dann war das die Folge für heute. Warte, 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 warte. Und der Tobi sagt, warte. Und ich bin schon mal runter von Server. Gut. So. Und ich würde sagen, nächstes Mal und... Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.